Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von produkt-kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Markus an. Dieser hat über Human Trust geschrieben, welches er mit 4,3 Sterne bewertet hat. Wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Human Trust ist eine der größten Live Coaching Communities in Europa. Angeboten werden hier eine Vielzahl an Kursen, die alle das Ziel haben, die Lebensqualität zu steigern. Dabei werden verschiedene Bereiche abgedeckt, unter anderem Fitness, Beziehungen, Erfolg und vieles mehr. Mit Human Trust hat man eine Plattform, auf der man eine Ansammlung von Kursen findet. Die Idee dahinter ist, dass man zu all diesen Inhalten Zugang hat, wenn man Mitglied ist. Der Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft kostet 365 Euro oder einen Euro pro Kalendertag, wenn man es so sehen möchte. Nachdem man sich angemeldet hat, beantwortet man die Fragen eines intelligenten Fragesystems, was hier Blumen genannt wird. Mit Hilfe der Fragen wird ein Persönlichkeitsprofil erstellt, fundiert auf den Antworten, die man zuvor gegeben hat. Dabei werden sieben Bereiche des Lebens berücksichtigt, zum Beispiel persönliche Wünsche, Bedürfnisse, Erfolg, Glück, Beziehungen. Anhand des Profils werden Coachingangebote vorgeschlagen, welche aus verschiedenen Gebieten stammen können. So könnte man einen Erfolgskurs belegen und eine zum bewussten Leben oder wie finde ich meinen Traumberuf und den bekannten Kurs Love Revolution. Es sind unzählige Angebote zur Verfügung. Das ganze Jahr über wird man vom Kurs Opus 2016 begleitet, den man zusammen mit Weid Lindau bestreitet. Hier wird von einem Manifestsprojekt gesprochen, welches einem zu einem insgesamt besseren, erfolgreichen und wahres Leben führen soll. Dort inbegriffen sind Live-Videos, 40 Sessions, wo Fragen live beantwortet werden und 40 Meditationen unter Anleitung. Ersteren bietet die Möglichkeit mit Weid Lindau und seiner Frau Andrea zu kommunizieren. Genau hier kann man Fragen stellen, die sich mit Beziehungen aller Art beschäftigen. Egal ob Liebesbeziehungen, das Arbeitsverhältnis zu Kollegen oder die Bindung zu einem Familienmitglied. Weid und Andrea sind Experten auf dem Gebiet und haben immer einen passenden Rat. In der Fitness-Long steht eine Martin Schumacher als Fitness-Experte zur Seite. Wie kann ich bewusst und gesund leben? Welche Sportübungen sind für mich geeignet? Solche Fragen werden hier nicht unbeantwortet gelassen. Human Trust ist außerdem eine Community. Das heißt, als Mitglied kann man sich hier ein Profil anlegen, wo man etwas von sich erzählt, persönliche Interessen, Bedürfnisse und alles weitere haben hier Platz. Man kann sich mit Mitgliedern austauschen, Nachrichten verschicken und sich zusammen weiterentwickeln. Gegründet und aufgezogen wurde die Human Trust von dem Ehepaar Weid und Andrea Lindau. Sie arbeiten bereits seit mehr als 20 Jahren zusammen. Weids Leidenschaft ist die Selbstverwirklichung des Menschen. Neben Seminaren, die er gibt, ist er außerdem bekannt als Autor von Heirate dich selbst, ein Ratgeber, der auf die Spiegel-Besteller-Liste geschafft hat. Andrea hatte es sich innerhalb der Human Trust Community zur Aufgabe gemacht, die Frauen zu stärken. Sie ist Ansprechpartnerin für alle Frauenprobleme. Natürlich können nicht nur die Lindaus allein für eine so große Gemeinschaft mit Rat und Tat zur Seite stehen. Daher gibt es noch viele weitere Experten für jeden Bereich, die kurz auf der Seite vorgestellt werden. Darunter zum Beispiel Dirk Schippel, der hier sein Wissen als Therapeut zur Verfügung stellt und psychotherapeutische Hilfestellung bietet. Rüdiger Deige ist bei Human Trust als Gesundheitsexperte tätig, um hier noch einige wenige zu nennen. Ich gehöre genau zu der Zielgruppe von Human Trust. Ich war mit meinem Leben nicht zu 100% glücklich und wusste nicht, wie ich das ändern soll. Einige Angebote, die man im Internet findet, schiele mir nicht passend für mich, bis ich Human Trust fand. Die Seite machte auf mich einen seriösen Eindruck und die Betreiber ebenfalls. Besonders beeindruckt hatte mich Weid Lindau mit seiner Ausstrahlung und ruhigem humorvollen Art. Das hatte mich neugierig gemacht, sodass ich geprüft habe, was der Mann schon alles in seinem Leben so gemacht hat. Ich stieß auf zahlreiche Bücher, die er geschrieben hatte und die Rezensionen waren durchaus positiv. Der Mann war also fleißig und schien von seiner Sache Ahnung zu haben, nennt sich also zu Recht einem Beziehungsexperten. Also durchforstete ich das Angebot von Human Trust, welches Endloschen. So entschied ich mich zum Kauf, da es ja wie ein Rundum-Sorgungspaket aussah, genau das Richtige meiner Lebenslage. Der Kaufvorgang ist abgeschlossen und ich finde mich im Mitgliederbereich wieder. Wow, hier gibt es viel zu sehen. Anders als bei vielen Seiten, die ich kenne und von denen ich gelesen habe, hat man sofortigen Zugriff auf fast alle Inhalte. Nachdem ich mein Persönlichkeitsprofil erstellen lassen habe, wurde mir die Reichtumskur und der Erfolgskurs Think Big Revolution vorgeschlagen. Bei der Reichtumskur handelt es sich um einen 21-teiligen Videokurs mit Wild Limnau. Hier handelt es sich um Lektionen, die einem zu mehr finanzieller Unabhängigkeit und materiellen Reichtum bringen sollen. Gezeigt werden praktische Tipps und Strategien, wie man dies persönlich umsetzen kann. Bei Think Big Evolution bekommt man 33 Lektionen in Form von Videos und Audios in Teilen. Begleitet wird man hier auch von Wild. Hier geht es um sich selbst, wie man sich selbst kennenlernt, wie man seinen Platz in der Welt findet und wie man größere, freiere Gedanken entwickelt und entsprechend agiert. Diese beiden Onlinekurse habe ich komplett durchgearbeitet und bin von beiden fasziniert. Durch die angenehme Art, die Wild hat, war es mir Spaß, ihm zuzuhören. Ich wurde wirklich dazu bewegt, meine Denkmuster einmal zu überarbeiten und meine Komfortzone zu verlassen. Ich wurde dazu angeregt, an mir zu arbeiten. Manchmal muss man daran erinnert werden, dass man selbst bestimmt, wie man lebt und auch für sein eigenes Glück verantwortlich sein kann. Dabei helfen mir auch die täglichen Impulse-E-Mails, die man zugeschickt bekommt. Diese sind einfach als Anschluss gedacht, als zusätzlicher Motivationsschub, um auch an den Veränderungen zu arbeiten und am Programm dran zu bleiben. Die Community ist auch eine tischmanke. Dort findet stetig ein reger Austausch statt und ich habe schon einige wundervolle Menschen kennenlernen dürfen. Von den schwarzen Schafen darf man sich einfach nicht ablenken lassen. Ich habe mir auch noch die Human Trust App heruntergeladen, die man als eine Art Ergänzung verstehen muss. Es werden keine Inhalte der Webseite angezeigt, sondern neue. Auf diese Art und Weise kann man sich auch unterwegs motivieren. Ich bin mit dem Programm rundum zufrieden und freue mich auf die weiteren nächsten Monate. Als Tipp möchte ich noch mitgeben, dass man sich auf die Inhalte nicht stürzen sollte und eins nach dem anderen durcharbeiten. Schaut es euch mit Bedacht an und versteht es. Nehmt euch Zeit und Ruhe und kämpft gegen das Gefühl, alles so schnell wie möglich gesehen haben zu wollen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de Jetzt sind wir einiges Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.